moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von 0 zum großgrundbesitzer ist der hier bald fertig aber die letzten waren ganz gut hier ist auch schon im nachgewinn es wird ein wenig geld geben in dieser folge anscheinend 90 prozent 81 pro jahr könnte hier wird noch fleißig gewendet auf der 78 jetzt auch fast die hälfte erreicht ok sammeln mal bitte die beiden und sie dann hin hat zum großteil ok das ist ja noch mal warum warum muss er den deich hochdruck und bei dem man einmal mitkriegt alle nachgeschaut wie viele das geworden sind hat man erst die aber dann wieder den deich hoch das normale drauf und ab der 76 Ah ja. Probant wird gleich fertig. Ja, zwei liegen noch. Ich bin mal gespannt, ob wir den Auftrag auf der 78 kriegen, eine Baumwolle zu machen. Auf jeden Fall einiges runterkommen. So, auf zum Großhandel. So, auf jeden Fall. So, dann kannst du hier einmal anfangen, Ballen zu sammeln. So, da sind noch nicht so viele Gräben zum Abschirmen. Wie zieht der Herr, wie zieht der auf die 78 schon draufgeballert? So, dann kannst du, wie zieht der Herr, wie zieht der Herr, das sind ins Leonard zusammen, weil du so viele мне auch erzählst. Jetzt kann pon diemalen, Hause gehen vor sei. Ja. So, damit ist die 79 aufwertig. Und fällt einem auch jetzt im Großhandel? Ich kann ja gleich los. 76 bin ich. Machen wir doch mal 25. Einmal wieder zu 65. Dem Rasenmäher gönne ich aber erstmal eine Pause jetzt. Gar nicht mehr hinterher. Ah, ja, der ist gleich. 91. Noch die 21. Hier kann man dann gleich sparen. Kann der schon weiterfahrend? Warum aufgehangen oder was ist das Problem hier? Ja. Da. Dann noch mal. A dir oder was ist das Problem hier? Wenn der mit der Walze fertig ist, schicke ich den vielleicht helfen da an der Neuwiese. Eher zu ein bisschen. Die Feldkarte ist hier so ein bisschen eierig, deswegen fällt er auch so eierig. Ich bin unterwegs gerade. Der holt neues Zeug. Ah, okay, der ist an. Fertig. Können unsere Wiesn jetzt auf jeden Fall nachwachsen schon. Herr. Wie ist die Schwepfers? Ja, Gegenteils. Ich bin unterwegs der Arbeit. Ich bin unterwegs strokes. Jaha. Ich bin unterwegs in derики gonna center andere. Wie ist das projet? Ja. Wie ist die Regel los embaixo? Wie ist die nächste Woche. Das Ganze kommt dann zu wenigstens. Also ist das Video ein 특 Corona-Land ahí. Das war mal an. Das Duty記得. vino das ganze Band auch in jedem 입니다. Und das Bucke Hahaha. Ich lasse das jetzt so ununterstützen. Dann wird er einmal zum Großhandel und Abladen fahren. Jetzt ein Kurs zum Proben. Drei Vogelwände fahren, scharfe Kurven, verweichern. Eine Reihe überspringen. Bei den Armen. Lassen wir da einmal anfangen. Lassen wir da einmal anfangen. Müsst du auch gleich voll sein. Der ist nur unterwegs. Das hat er noch endlich geschafft mit dem Pressenball. Mal seine letzten 5 Cent vorsichtig. Der ist nur unterwegs. Ach so, ja. Wieder mit dem Baum gekuschelt. Und ... ... ... ... aber es ist der andere traktor hier ist es auf jeden fall alles gewendet ok hier 50 prozent bei 78 und es ist der andere traktor hier 77 kriegen wir noch fertig in der folge jetzt nur noch zwei prozent kann ich ihnen auch noch mal zu groß losjagen wenn er denn seine zwei bärchen ausgesucht hat die haben wir dann ab zum großen 100 prozent ja kann man der nächsten folge gleich das schwaden hier anfangen genau auf die salzwiese schicken geld abholen ich hoffe es hat euch gefallen wenn es euch gefallen hat gerne nächste folge wieder mit einschalten bis dahin wünsche ich noch einen schönen tag und ciao ciao ciao